also hallo leute willkommen zurück warte will ich euch ein ein kill sack für kd und kill sack zeigen was ich den letzten vergessen habe ich möchte noch ein paar spieler dank die märche geholfen einer heißt xax der andere heißt x-legged also total lege der andere heißen ruhe julu oh mein gott also omg die die wollte ich danken weil sie mir einfach geholfen haben wie dieses lucky patcher benutzt sagen wir mal so gemacht und gut gemacht wurde dann geht man hier oft mit ich kann ja noch mal so andere challenges machen müsst ihr mir einfach nur die kommentare schreiben sonst kann ich euch also hier kommt bitte hier rein das ist der einführer hier der jubi ist ein freund von mir dann ist es mir dann ist das hier mein zweiter account das ist mein dritter account ich glaube ich habe noch ein problem ja wohl ich habe gerade gesehen warum nicht so jetzt kann man glaube ich alles besser erkennen ach ja 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 wohl läge ich doch ja 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 das ist so das so hängt hier schenkt ihr eine granate hier schenkt ihr Prozent 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 Trotzdem haben wir ein Problem und zwar mit also ich bin ich habe kein Problem mit X-Legge als er will mit X-Legge und zwar ich kann meinen 2 3 ja und was er Da. 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 Dann nochmal. Buch. So. So, jawohl, lecker das Fass. Also der Hack, der ist echt, also der Gamecast ist echt total krass. Kommt jetzt nur so. Schnell. Schnell. Also, ja, nee, ich hätte noch rausgehen müssen, da hätte mein Heck geklappt. Ah, das haben wir euch schon sehr verpalt. Also, wie gesagt, hier ist mein Account. Ich kann euch auch nochmal jede Rüstung zeigen, die ich habe. Da kann ich auch noch mal alle Waffen zeigen. Das ist nicht alles meine Armour. Ich könnte den nehmen, aber ich will eigentlich den hier haben, weil das sieht für mich so interessanter aus. Das ist nicht das Field of the Mystery. Dann haben wir hier den Engel und einmal diesen Saurotobi in diesem Kopf. Dann haben wir hier noch die Items. Das ist ein extra Hack. So. Jawohl. Dann haben wir hier noch. Ich bleibe aber bei einem Unsichtbarzeug. Obwohl, das ist eigentlich total unruhigig, finde ich. Na, aber ich lass das einfach mal so. Oh, ich bin so dumm, ey. Jetzt hätte ich noch die Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Heli-Maschinen gemacht. Also ich könnte auch so machen. Ich könnte so, 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 so. So, so, so. Ihr könnt ja mal auswählen, welche ich mal nehmen soll. Ob die, ob die, ob die, ob die, ob die, ob die. Ich könnte die auch schon mal auswählen. Die, ob die, ob die, ob die, ob die, ob die. Die werde ich mir dann bei meiner Mutter, ob ich Geld bekommen. Da werde ich mir die auch natürlich holen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein paar Videos machen. Von, äh, äh, erstmal für mein Update. Ach, für mein Update. Damit ich, damit mein Handy nicht so hängt. Weil, wie ihr seht, es hängt sich immer die ganze Zeit fest. Aber gut, lasst mich link da. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.